Bei der Bambino Magnifico sind gleich mehrere Dinge besonders. Ich hatte schon länger keine Windel mehr von dieser Marke im Praxistest. Die letzte war die Bambino Claudie vor über einem Jahr im Sommer 2023. Im Vergleich dazu und zu einigen anderen Windeln macht die Magnifico noch mehr anders, das schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Dazu natürlich die Ergebnisse vom Praxistest, bei der sie sich im Alltag beweisen muss. Die Windel kommt in einer unscheinbar weißen Verpackung. Das ist für den Hersteller typisch, er setzt sie auch bei anderen ein. Bekannt ist er zudem für die unüblich kleine Packungsgröße. Alle von dieser Marke, die ich hatte, enthielten nur 8 Stück, bei anderen sind 10 bis 12 drin. Bedruckt ist die Windel auf der kompletten Fläche bis hinten zum Po mit kräftigen Farben. Als Außenmaterial kommt die beliebte Folie zum Einsatz. Sie fühlt sich bereits beim Auspacken sehr weich an und unterscheidet sich von den aus den vorherigen Tests. Im Inneren gibt es keinen blauen Saugkern. Aber den von ABDL Windeln gewohnten recht hohen Auslaufschutz an den Seiten, der auch Platz für Booster zur Verstärkung bietet. Bambino gibt die theoretische Saugleistung mit 5 Litern an, die Art des Tests ist unbekannt. Beim Anlegen fallen die Kleber auf. Bambino hat sich nicht strikt auf eine Art festgelegt wie etwa Tückables, sondern setzt Plastik und Klett ein. Das Besondere ist aber nicht, dass es Klett ist, sondern was für einer, die Seitenteile sind flexibel, genau wie die Kleber. Beide lassen sich durchziehen, ein gutes Stück dehnen. Normal haben ABDL Windeln Seitenteile aus Folie, an denen vorne die Kleber dran sind. Die Seitenteile sind fest. Als Spielraum bleibt daher nur der Platz auf der Klebefläche vorne von der Mitte bis zum Ende der Seiten. Wenn es da passt, kann man die Windel natürlich ein Stück weit enger kleben. Aber die Seiten gehen dabei nicht mit, wie man es von Kinderwindeln her kennt. Die Bambino Magnifico hingegen macht es ähnlich wie diese Kinderwindeln. Dazu muss man sagen, dass Pampers dabei ziemlich nachgelassen hat. Deren Windeln konnte man noch vor ein paar Jahren deutlich stärker dehnen, als es heute der Fall ist. Dadurch passten sie auch einigen Bettnässern, vor allem Jugendlichen. Oder sogar Erwachsenen mit schlanken Körperbau. Das geht zwar immer noch, aber eben nicht mehr so stark wie früher. Material sparen, ältere Windelträger sind ohnehin nicht die Zielgruppe des Unternehmens. Das Prinzip ist bei der Magnifico aber das gleiche. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Gefühlt sitzt sie nicht so eng, wenn die Kleber vorne auf einer normalen Position sind, wie man sie von anderen Windeln her kennt. Durch das Dehnen lassen sie sich auch enger kleben. Zu eng fühlt es sich nicht mehr gut an und der Sitz leidet. Es braucht etwas Übung, bis man einen angenehmen Sitz gefunden hat, der auch stabil ist. Dann fühlt sie sich gut an. Das Material der Folie ist angenehm auf der Haut. Weil es so weich ist, passt sich die Windel auch einwandfrei an den Körper an. Beim längeren Tragen fangen die Kleber jedoch manchmal an sich zu lösen. Vor allem bei den unteren hatte ich schon welche, die nur noch halb klebten. Das hängt sicher auch mit dem Bewegen zusammen, hatte ich bei anderen Windeln aber nicht so stark. Optisch ist es wie immer Geschmackssache. Positiv kann man festhalten, die Aufdrucke sind kräftig. Wie ist es bei der Saugleistung? Ich habe eine Packung im Alltag ausprobiert. Mit 234 Gramm ist die leere Windel überraschend schwer. Sie fühlte sich leichter an, ich hätte maximal 200 geschätzt. Das Tragegefühl ist gut, aber sie fühlt sich weniger dick an, obwohl der Po gut eingepackt ist. Ich vermute, das kommt von den schlanken Seitenteilen. Sie sind kleiner als bei anderen ABDL-Windeln. Gedehnt steigt zwar die Fläche. Aber das Material wird ja nicht mehr, sodass sie dadurch dünner wirken. Empfand ich erstmal nicht schlecht, sondern anders und ungewohnt. Anfangs waren die Ergebnisse beim Praxistest auffällig schlecht, das lag wohl am zu lockeren Kleben. Als ich das verbessert hatte, passte mehr rein, bevor die Windel anfing auszulaufen. Trotzdem erreicht die schwerste Windel mit 1,7 Kilogramm nicht mal den Durchschnitt. Eine so leichte hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Die letzte war die Fabi Montifabicare aus Deutschland, die mit 1,6 Kilogramm noch etwas weniger aushielt. Ähnlich sah es bei der Abukido aus, sie überschritt die 1,6 Kilogramm nur knapp. Nun muss das ja nicht zwingend ein K.O.-Kriterium sein. Manche können beispielsweise nur für wenige Stunden Windeln tragen, sodass eine geringe Saugleistung ausreichen kann. Andere mögen es, häufiger zu wechseln. Wichtig finde ich daher den Preis, der dann entsprechend gering sein sollte. Das gibt einen doppelten Schock, die Packung ist mit 25,86 Euro bereits auf Augenhöhe anderer Windeln. Aber mit einem Unterschied, bei Bambino enthält sie ja nur 8 Stück, keine 10 oder 12. Eine einzelne kostet satte 3,23 Euro. Damit ist sie derzeit auf Platz 10 der teuersten Windeln und zeitgleich unter den hintersten Plätzen bei der Saugleistung, das finde ich keine besonders gute Kombination. Es gibt so viele Windeln, die mehr aushalten und dazu weniger kosten, Riddle Rascals V2, Reats Alpaka und Safari, Kiddle Lil Soaker um nur ein paar zu nennen. Die Kleber mit den baren Seiten sind ein interessantes Experiment, das bisher einmalig sein dürfte. Zumindest habe ich bisher keine andere ABDL-Windel mit so einem Konstrukt gesehen. Das könnte eine gute Lösung für diejenigen sein, die im Sommer unter der Folie zu sehr schwitzen. Da die Seitenteile flexibel sind, wurden sie nicht aus Plastik gefertigt, sondern aus einer Art Stoff. Sie können also zumindest Schweiß aufnehmen. Auf Folienwindeln muss man trotzdem nicht verzichten, weil alles außer den Seitenteilen aus Folie gemacht ist. Aber nachdem die Saugleistung enttäuschend war, finde ich den Preis viel zu hoch. Bei Bambino sind bei mir auch immer Schränkflation-Vibes dabei. Der reine Packungspreis wirkt nicht so heftig, bis man sieht, es sind nur 8 drin. Das hat den Beigeschmack, man versucht, den hohen Preis verstecken zu wollen. Wie ist deine Meinung zur Magnifico? Schreib es gerne hier in die Kommentare oder komme in meine WhatsApp-Gruppe. in der du mit mir und anderen Windelträgern schreiben kannst. Bleib trocken, bis zum nächsten Video.